Es gibt nur Zwiebeln zum Frühstück. Nur Zwiebeln. Der Herr Goldmann hat einen richtig roten Kopf. Ich habe auch richtig rote Arme von dieser Sonne die ganze Zeit. Das brennt auch alles voll hier. Also es ist auch Sonnenbrand, sag ich. Ich bin ein Stück Möwenscheiße. Das ist eine richtige Apfelmülltonne. Richtig geil. Das heißt, wir können endlich unseren Müll hier reinpacken. Mein Gehirn besteht aus Bazillen. Guck mal, das hier, das ist ein richtiger Kackwasser da unten. Und die hier, die sehen genauso fertig aus wie mein Kopf. Und hier, ich habe hier Schweinefleisch. Das ist Schweinegeschnetzeltes. Das werde ich genauso rausholen, wie das vielleicht bei mir an Specht machen könnte. Dass da ein Stück Gehirn aus meinem Ohr rausholt. Fräßen ist fertig. Aber schmeckt wie immer geil. Das schmeckt voll cool.